Es ist gerade ein Spieler bei 325 Grad und bei uns auf der Antrimstrafenseite. Auf der Antrimstrafenseite. Ich kann es sehen. Da drin ist hier nur ein. Hast du Charlie? Ja, aber nicht schießen. Nicht schießen. Sie kommen auf uns zu, oder? Weiter rechts die Straße lang. Zwei hinten noch. Einen kann ich finishen. Ach. Einer ist auf meiner Höhe. Hier an den Stein. Lauf zu der Siedlung. Zwei müssen bei dir noch sein, links. Ja, ja. Ich sehe sie, die tanzen da rum. Ich will schießen. Nicht schießen, nicht schießen. Warum nicht? Nein, schießen. Wir müssen den Hinterhalt locken. Safe. Der sitzt da. Ah, gut. Ich darf da weiter. Nein, nein. Da ist er. Oh. Ich glaub, wir werden gleich an hinten. Schossen. Wenn du hier im Gras liegst, bist du aber echt gut gesichert. Alles Wichtige mitgenommen aus den Häusern, oder? Ich hab da hilfvoll gekriegt. Ich weiß vielleicht nicht, wo der vierte ist. Ich hab nämlich nur drei Stück zu den, zu den Häusern gelaufen. Achso. Wie viel muss auch da sein? Kann das nicht viel? Wenn wir jetzt hier? Gehe hoch und schreien. Gehe hoch und schrei. Wenn die Typen schießen, dürfen wir denn schießen? Ja, wenn die schießen. War jetzt ein Auto? Oder wir warten einfach so ganz sneaky, bis... Bis sicher... Es sind nochmal drei Leute. Bis sie looten, genau. Sind die anderen in der... Weiter? Irgendwie schießt noch keiner. Die Team, ja, naja, aber dann rass dich aus. Jetzt schießt. Oh, schon genockt. So hinter uns. Da kommt... Es ist einer links bei dir am Stein. Nehmt die ab. Oh, die an der Karte. Ach, hier links. Sind bei mir, sind bei mir. Los, zwei Stück. Kommen zu hier. Kommen zu hier, ja. Keiner noch. Der hat den Stein hier vor dir. Ne, genau. Geh, sprich mit mir bitte. Ja, ja, der vor dir ist genockt. Die anderen beiden sind noch weiter hinten. Der ist am Stein. Ja, der ist vor dir. Ich habe ihn genockt. Nice. Welchen? Zwei Bäume. Der, der am Baum. Der am Baum. Ich habe ihn genockt. Gut, dass die nähere Mates sind. Ist noch alles gut? Bleib da einfach. Bleib da einfach. Ich habe ihn genockt. Ja, hinter dem Baum ist noch einer. Ja, der wurde gerettet. Wenn ich... Uh, shit. Wer ist denn? Alle tot, alle tot, alle tot. Okay. Hier auf der anderen Seite ist noch was. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, der alleine war. Das denke ich. Vor uns. Vor uns am Stein. Am Stein. Vor uns. Genau vor uns. Ah, Entschuldigung. Genau hier, glatt aus. Glatt aus. An diesem komischfarbigen. An der Person, ganz und schwarz. Zweierhelm. Da hast du noch nicht gesehen, ne? Der gezickelt weiter, genauso in dem Moment. Ich weiß nicht, warum. Ist aufbrenntig, ne? Ich würde hören können, dass der Typ nicht gesehen hat, ohne Scheiß. Bastard. Pust ist doch. Wir hatten Dreierhelm. Drei Teams drin. Einer am linken Haus. Zwei Stück. Lauf in das Haus rein. Einer noch hinter dem Haus. Schön. Wann er kommt? Ich will doch was tun. War ne Smoke. Links waren auf jeden Fall zwei. Der hat ne M24 oder ABP. Rechts vorne ist noch ein... Ah, ich habe mir mitgenommen. Hallo. Pass auf. Rechts vorne ist das noch ein Team hinter so einem Stein. Ich weiß. Ich bohrte hier schon die ganze Zeit. Der läuft links. Dein. Gut. Rechts habe ich. Rechts habe ich. Alles an. Bei uns sind noch zwei oder drei. Es sind noch drei Teams mit uns. Ich glaube, dass die letzten vor uns sind. Glaube ich auch. Ich glaube, rechts ist keiner mehr. Ein Team ist in unserem Haus drin. Ich hier rüber? Hier rechts? Ich bin hier rechts. Coole Pose hier. Ja. Ich glaube, die anderen sind zu dritt. Ich habe von hinten beschossen. Ich bin von hinten. Von rechts. Zwei oben. Zwei oben. Im Wald. Zwei gesehen. Zwei oben. Ich bin. Zwei oben. Zwei oben. Zwei oben. Zwei oben. Vielen, v Oh!